So, wieder da. Okay. Ach, der Wurm ist da unten. Okay, in der Richtung gibt es jetzt nicht mehr wirklich viel. Wo kommt der Wurm? So. Ey! Also meine Freunde sehen anders aus. Müssen deine Freunde sein. Ah, der ist auch schon wieder Eisen. Sehr schön. So, das werden wir dann natürlich jetzt abbauen. Oder ist das Silber? Silber ist es. Auch nicht schlecht. Umso besser. So, dann würde ich jetzt sagen, jetzt gehen wir einfach mal hier runter, weil es sich anbietet. Kommen wir da hoch? Nein. Jetzt aber. Und das ist schon Ende hier. Noch ein bisschen Zeug abgegriffen. Ich würde gerne jetzt mal so eine Karte haben, wo man wirklich hier alles sieht, was wir hier uns jetzt abgebaut haben. Wollen wir mal, dass wir hier auf die andere Seite kommen. Weil von der hat man es jetzt ein bisschen leichter beim Abstieg und man könnte zwischendurch mal zwischenleuchten. So. So. Hä? Da sind ja Pilze. Also da gehen wir jetzt auf jeden Fall hin, sobald wir hier das, ich glaube das ist auch schon wieder Silber, ja, abgebaut haben. Dann bauen wir uns hier noch eine kleine Plattform hin, damit wir hier bequemer landen können. So. Reicht. Riesige Pilze. Klick. Jetzt muss ich nur aufpassen, sobald ich da jetzt durchbreche, stürzen sich die Viecher auf mich. Ich glaube da im Boden, das ist auf jeden Fall Eisen hier. Jetzt, das sieht man. Hier können wir noch einen tiefer gehen. Die Fledermäuse kann man wirklich besser mit einer Nahkampfwaffe bezwingen. Shit. Ist auch noch weg hier. Jetzt die richtige Waffe auswählen. Ah! Oh, das hier war jede Menge Rohstoffe. Ob man die Pilze abbauen kann? Na komm. Geht. Geht. Lol. Da werden ja noch mehr Pilze raus. Dieser blauen Rasen, der gefällt mir auch hier. Da drüben, da ist auch noch was, was irgendwie interessant aussieht. Erst mal gucken, dass wir jetzt hier eins nach dem anderen machen. Was ist das für ein Zeug? Einfacher Schlamm. Das Zeug da oben möchte ich jetzt gerne haben. So, noch ein Stück höher. Perfekt. Okay, es sind wirklich nur zwei, aber springen wir erstmal hier drauf. So, ah, nein! Genau das wollte ich jetzt nicht erreichen. So, gibt es hier oben noch was Spannendes? Sieht nicht so aus. Dann nehmen wir uns die Rohstoffe mit. Bäh! Ich kann das Geräusch ja nicht mehr hören. Jetzt war jetzt wieder dieses Amnethyst-Zeug. Hier würde ich jetzt gerne erstmal gerade weitergehen. Obwohl wir jetzt schon mal so tief gefallen sind. Machen wir allerdings das hier noch weg. Ah, Spinnweben. Ah, wir schlagen uns nicht schlecht. Wir sind jetzt schon um einiges weitergekommen. Okay, ich würde sagen, wir gehen da unten entlang. Oder erstmal gucken, dass wir hier noch die Ecke beleuchtet kriegen. So, machen wir den hier weg und lassen uns einfach runterfallen. In der Hoffnung, dass wir hier... ...irgendwie... ...Fuß fassen können. So, kommt hoch. Du noch. Platt. Naja, schon einiges wieder an Geld gesammelt. Und dann Heiltränken. Mhm. Was ist auf der Seite? Hier ist nichts. Hier ist genauso viel nichts. Jetzt müssen wir unsere Leiter bauen hier. Hier haben wir doch eben erst so viele davon gemacht. Wo sind die alle hin? Na, so viele konnten es nicht gewesen sein. Na, jetzt sind die auch schon wieder ein schönes Stück tiefer gekommen. Platsch. Von hier kommt man wahrscheinlich locker da hoch. Ja. Ich halte mir halt gerne sowas wie einen Fluchtweg offen. Das ist nie verkehrt. Oh, das sieht interessant aus. Da unten leuchtet was. Ach so, das ist so ein Untoter. Was ist das? Ein Saphir? Hoi. Richtig seltene Sachen gibt es hier zu finden. So. Oh Gott. Nein, nein, nein. Fuck. Das war anders geplant. Ja, super. Noch ein Piranha hier. Ah, da unten ist eine Schatztruhe. Oh, jetzt ist es dunkel. So. Also, wir halten fest. Da unten ist eine Schatztruhe unter Wasser. Mit irgendwelchen seltenen Stiefeln drin. Und irgendwelchen Monstern, die jetzt kommen werden. Na, wo bist du? Patsch. Die Stiefeln geben... You can... You can... Was war das? You can one. Hier rein? Da rein. Ah. So, jetzt sollten wir uns erstmal das hier unten mal ein bisschen angucken. Da oben ist jetzt ein bisschen Eisen, aber nur ein kleines bisschen. Dann nehmen wir die Kiste gleich mal mit hier. So, dass es hier unten scheinbar nicht viel gibt. Gucken wir mal, dass wir da hinten hinkommen. Idealerweise gucken wir dann, dass wir uns irgendwie einen Weg basteln können. Dass wir hier nicht immer durchschwimmen müssen. So, zum Beispiel. Jetzt können wir da oben erstmal, damit ich hier an die... Das war jetzt nur ein einziges Eisen, aber der Mensch freut sich. Und wären wir hier oben nicht hingegangen, hätte ich das auf der anderen Seite gar nicht gesehen. Ein Goldfisch. Die sollte man irgendwie in Gläsern packen können. Da habe ich ein Rezept gesehen. Das müssen wir auf jeden Fall gleich mal probieren. Na komm. So. Platsch. Platsch. Schnell den Weg fertig machen, dann wird es Zeit für einen Neustart. Oh. Äh. Smaragd. Interessant. Vielen Dank.